In diesem Video geht es um die besten Gartenschläuche. Der Qualitätssieger in unserem Gartenschlauch-Test geht an den Gardena Comfort Flex. Der Gardena Comfort Flex Schlauch mit Powergrip-Profil garantiert die optimale Verbindung von Schlauchstück und Schlauch. Beide greifen dank neuartiger Technik wie Zahnräder ineinander. Der Schlauch ist druckfest und formstabil, gleichzeitig aber auch flexibel und einfach in der Handhabung. Dies sind die besten Voraussetzungen für einen komfortablen und vielseitigen Einsatz im Garten. Bei Bedarf können Sie ihn mit den Original Gardena Systemteilen und Anschlussgeräten systematisch ergänzen. Er ist frei von giftigen Weichmachern und Schwermetallen und selbstverständlich UV-beständig. Gardena-Schläuche sind äußerst druckbeständig und behalten ihre Form. Dieses neuartige Schlauch-Profil bietet eine optimale Haltekraft und somit eine sichere Verbindung zwischen Schlauch und Schlauchstück. Gardena-Schläuche sind UV-beständig und frei von giftigen Weichmachern und Schwermetallen. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist der Jokokowai Gartenschlauch. Diese Wasserleitung besteht aus hochwertigem Latex und verwendet ein verschleißfestes 3750-D-Polyestergewebe außerhalb des Latex, um die Wasserleitung vor Verschleiß oder Leckagen zu schützen. Nach einem langen Test ist es bei 14 Grad Fahrenheit Niedertemperatur Frost und 120 Grad Fahrenheit Dampftemperatur und trägt immer noch keine Schäden. Der Gartenschlauch kann sich bei eingeschaltetem Wasserdruck um das Dreifache seiner ursprünglichen Länge ausdehnen. Er schrumpft in Minuten auf die ursprüngliche Schlauchlänge zurück, wenn der Wasserdruck ausgeschaltet ist. Das leichte Material macht es einfach den Gartenschlauch zu manövrieren und zu tragen, im Vergleich zu anderen Wasserleitungen alten Stils. Der neue Latex-Wasserschlauch wird in einem superbreiten Spektrum von Anwendungen eingesetzt. Zum Beispiel Bewässerung von Rasenflächen, Bewässerung von Gärten oder Balkonen, Reinigung von Außenflächen wie Balkonen, Autowäsche oder Anschluss an Hochdruckreiniger. Mit seiner frei ausfahrbaren Länge und den Zehndüsenmustern kann er fast jeden Bedarf in ihrem Leben erfüllen. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Gartenschlauch-Test ist der Selfast Gartenschlauch. Dreilagiger Schlauch aus Polyesterkreuzgewebe sorgt für die hohe Flexibilität dieses Gartenschlauches und schützt ihn vor Bruch. Das Set enthält Schnellverbindungsstück-Stopp, Schnellverbindungsstück-Durchlauf, Anschluss mit Innengewinde G3-4. Der Schlauch ist UV-beständig und hat eine Innenschicht, die ein Absetzen von Algen verhindert, sodass er jahrelang verwendet werden kann. Das Produkt wird in den Produktionsstätten von Selfast vollständig in Europa hergestellt. Der Schlauch enthält keine Schwermetalle wie Cadmium, Blei und Barium frei, frei von giftigen Weichmachern, sodass es sicher für Sie, Ihre Lieben und das Obst und Gemüse, das Sie gießen. Das Produkt ist im Bereich von minus 10 bis plus 50 Grad einsetzbar und hat eine Reißfestigkeit von 20 Bar, sodass der Schlauch jahrelang in Ihrem Garten verwendet werden kann. Der Economic Wasserschlauch passt zu allen Original-Selfast-Systemteilen für viele Anwendungen in Ihrem Garten. Falls Dir das Video gefallen hat und Du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einen Kommentar freuen.